hi leute willkommen zurück bei minecraft season 1 tag it light und mit den lappen mal wieder so markus und irgendwo rum uns würden nach keine ahnung wenn ihr oben vom letzten mal schon noch hier und jetzt suchen wir hier schlafen da ist doch ein schöner berg was ist mit dem berg im dschungelberg ein sehr schön mit schlaffende hüben in der wüste mitten auf der offenen fläche und dann kommt ein creeper neben uns wie war auf und da ist da passiert nichts das sind nur schon zwei spinnen und ein zombie eine spiel 1 so mit natürlich jetzt geschwind das eine blume und ein creeper tot so steht einmal die betten auf man können schlafen hätten stehen schon so und sollte man recht sich aufs bett machen betten vielleicht eine idee aber so und jetzt an der küste entlang oder es ist hier weiter gedrängt wo er kann natürlich auch über das meer schwimmen das ja 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 rennen genau drauf zu ja wir haben gekloppt wir gehen mal an der küste entlang irgendwo muss es doch mal ein unser lieb unser gesuchtes biomg auf jeden fall die kiste auch glaube ich auf jeden fall nicht der dschungel hier hat es auch auf also können jetzt mit boote schnappen und abtraveln das ganze ich habe genug holz gut sein verboten seit der verbot traveling habe ich habe keinen ich kann ja machen immer mal ein zugrafen table wird da drüben wir brauchen keine leute kommen mal hierher zu mir hast du mal jetzt habe ich ein kräftiger überhaupt egal ich habe keine wurde da drüben geht es weiter da drüben sieht da das jetzt gut aus da geht schon mal hoch oder sich richtig cool aus das gefällt mir schon oh ja das lade das ladet und das ist einfach so eine richtigkeit der insel landschaften überall berge ist denn das nehmen ja das ist jetzt unser neues zuhause also noch nicht setzt dann richtig einen haufen drauf ich kann ich kann mal weg setzen da hüben recht und microsoft links und echt geil aus dass die uhr der berg ist aber ich alter was das für ein berg da der der passte neben mir der ist richtig da auch bis erst mal gucken der gefällt mir er ist richtig gut der ist es alter ich wollte gerade auf dem modien ist also doppelt 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 der taste ich wollte weg fliegen also ich würde sagen denn immer aber obendrauf wenn dann so ich hätte gesagt obendrauf an der seite entlang wenn dann obendrauf das ding ist das muss groß das problem aber es riesig dazwischen hier so zu berg landschaften das ist genau in die mitte würde alter sie das geld aus holt man sich die schnitzel was seid ihr eigentlich holt sich mal jemand die schnitzel da drüben ab ich stelle mal die öfen hier her ich brauche platz auf euch die schweine ich würde sagen das nehmen wird sagen was wollen wir sollten nicht alle tieren töten was in der farm wollen wir eine hühnchen oder eine schweine fahren wir haben ja alles hier hier noch keine gesehen doch hier habe ich drei stücken fünf schon getötet vier früh ist sie schon da okay gut dann tötet ich die schatten ich habe größeren berg gesichtet ist doch cool da hinten glaube ich das doch wie nebendran ist mein schwert kaputt und da ist die wüste das ist das hört sich besser das ist eine wüste perfekt an deiner landschaft immer weiter foto gerade aus ja ich muss kurz das ist ein riesenberg da bist du ich einfach gerade aus von den öfen den berg lang rechts ich nehme auf den berg hoch ja genau und dann siehst du auch ein riesenberg da hinten jetzt mal hoch und schaut der größe dazwischen drin wäre doch richtig cool also ich sehe sumpf oder guter berg da hinten ist schon groß kann es sein dass die wolken jetzt hat es immer dunkler und dafür ja ich hätte gesagt hier zwischendrin so hier ist noch so müsste man zwar ein bisschen terraform aber das ist stimmt wo ich kann kann die durchjagen Turtles 3 4 Turtles Jörg er hat immer gewählt wird es sagen hier so von dem tour von dort drüben wir gehen einfach hier hin bei der warte wir kirkutten hier gerade hier hat er nicht jetzt nervt nicht ich bin der bauer hier also entscheid ich wo es geht ich bin hier was auch geil wenn den berg auf der Seite an den berg da wir haben die wüste direkt vor und ich komme nicht auf diesen berg der hoch halt darum gehen wir da nicht hin das ist ja mir wir nehmen das stück hier zwischen machen das blatt und dann bau mal um genau ich gehe mal weiter ok ein markus wir machen hier blatt jetzt ein häuschen ich hole mein fleisch und dann ziehen wir hier herrn mal kisten ist noch mehr mag ist dass die kisten kann man ja ich habe wissen hat das auch wissen zwei da mache ich erstmal inventar in lehrung ich auch das brauchen wir nicht dass das sortieren die man nachher das beste ist es auch könnte es auch hier diese mulde machen da welche mulde er kommt gerade aus kommen wieder wie vorhin da war es beim berg da machen wir ja da haben wir ja gesagt dazwischen sind zwei berg hier hier wenn ich da vorne da das ganze area dazwischen drin zwischen den zwei hügeln das nehmen wir alles ja man mag es irgendwie hier vorne warte mal ich guck mal ich finde das hier weil hier ist eine hier ist auch eine gerade fläche so zumindest er stimmt hier würde auch gehen futter weil dann müssen wir nicht gerade die bauten haben aber ich habe mal lauer gefunden und da kommen wir wissen du jetzt keine ahnung ich wollte eigentlich mein ding holen ich wollte noch kurz das fleisch markus wir müssen ja haus aber aus marvel bauen natürlich nein dass er hier ich habe hier schon eine marvel da gefunden die ist direkt neben unserem haus ich habe so ein laborort nehmen ja natürlich war das normal war ja ja stimmt so jetzt du mal also dann haben wir unser unser erwer gefunden hier also ich hätte es auch gesagt dabei markus ja oder ich gehe ich glaube du weißt ja wo es ist alter was das ist ein riesen berg alter da eine cori drauf und gut ist die chance laden würden ja der server generiert noch wenn jetzt einmal hier für ein paar minuten sind dann geht es wieder na klar wir werden ja auch hier bleiben hier ist schön hier ist alles cool liegt jetzt einfach nur daran dadurch dass die ganze zeit die neue welt gerendert haben das ist so ab fakt also wo seid ihr jetzt hat ja ich bin jetzt da wo der markus mir gesagt da wo wirst du jetzt markus ich bin gerade aus das auch diesen berg aber da werden die chancen nicht gelaufen wir bleiben jetzt hier also dieses wir bleiben jetzt ja noch ungefähr 20 blöcke weiter wie da wo du warst oder vielleicht auch 40 in die richtung und die andere richtung ich auch auf uns ich baue ich baue ich glaube hier die neue ich stehe neben dir ok da ich habe öel gefunden ja das ist ja das brauche erstmal nicht oder was er aber hat hier berg da ihr halt genau in die fläche rein ja das auch gerade weg die fläche wäre gerade wenn wir da diesen kleinen hügel damit er bekommt okay ist es nicht dann zu tief unten wir können ja ein dreistöckiges haus ist echt so also unser hause ist okay und das andere projekte trüben ja okay das kann man ja dann machen dann machen wir unser haus erstmal hier hin genau also das ist unser haus gebieten da drüben wird dann das projekt gebiet also ich habe meins soll ich wieder alles mitgenommen foto du musst eins noch holen mein inventar schon wieder vorher eigentlich nicht sicher für also dann wartet ich mache hier gerade test hier würde dann kannst du irgendwas machen ja futurist wenn man am besten noch ein paar mehr öfen ich hole mal inventar also sollte man die öfen auch noch füllen vielleicht wenn jetzt nix weiß kann gut dann haben wir hier schon mal eine höhle ist auch gut und hier habe ich meine es wird schon wieder nacht oder haben diese scheiß wolken ich habe auch gedacht es wird wieder nacht nicht rum wo da kann man die marvel abbauen aber sollten die höhle hier dann stopfen weil es sieht dämlich aus erst mal konnten wenn dann ja meine spitzeige so gut wie ihr marsch aber es keines hebt links mitgenommen oder erst mal hier alles ausleuchten ohne ende ja hier ist ein minensystem um marcus left aber so weit ist jetzt gerade geläfftet ist würde ich auch sagen ist die nächste folge rufen meine freunde und wir haben endlich zu hause gefunden deswegen bauen fangen wir jetzt gleich an mit unserem projekt und unserem ersten projekt ja unser hause unsere base und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal